Black Hat Night Vision Kopflampe Unsere Night Vision Lampe hat ein flexibles, größenverstellbares Stirnband. Der Lampenkörper ist in der Neigung zu verstellen. Die Night Vision Kopflampe hat verschiedene Leuchtmodi in Rot und Weiß. Die maximale Leuchtstärke im weißen Modus beträgt 150 Lumen. Eine Besonderheit dieser Lampe ist, dass sie über dieses USB-Kabel wieder aufgeladen werden kann. Und der Eingang für den USB-Anschluss ist durch diese Silikonkappe wasserdicht verschlossen. Wie immer findet ihr den Link zur Lampe direkt hier in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit unserer Night Vision Kopflampe. Viel Erfolg am Wasser. Macht's gut. Bis bald und ciao.